Deutschlandfunk. Kalenderblatt. 21. Februar 1971. Heute, vor 50 Jahren, starb Tilla Dürieux. Hören Sie über die Schauspielerin einen Beitrag von Cornelie Ueding. Aber ich habe ja auch schon damals mit 17 Jahren das Gefühl gehabt, raus! Raus aus diesem Gemäuer, aus dieser Höhle, die da um mich gebaut wurde und um uns junge Menschen überhaupt, von Lüge, von Heuchelei, was man alles nicht sagen durfte, was man nicht bemerken durfte. Antisemitisch auch noch dazu, kurz und gut, man saß wie in einer Finsternhöhle und ich wenigstens, ich wollte raus. Man hört förmlich, welche Entschlossenheit nötig war, um dieser Welt des 19. Jahrhunderts zu entfliehen. Einer Welt der sozialen Gängelung, Überwachung und Verstellung. Tilla Dürieux aber wollte ihr Leben. Das hieß für sie zum Theater. Aber ich musste das damals noch ganz geheim halten. Und musste also meine ganzen Studien da sozusagen anonym absolvieren. Ich durfte sogar nicht meinen Namen behalten. Ich heiße eigentlich Gudefroir. Wo immer sie sich in den ersten Jahren vorstellte, in der Provinz, in Olmütz oder Breslau, bekam sie zu spüren und zu hören, dass sie ja eigentlich so gar nicht dem lieblich gelockten, zartgliedrigen Schönheitsideal der Zeit entsprach. Man erkannte aber auch ihre Begabung. Schon 1903 gelang ihr der Sprung nach Berlin, in Max-Reinhardts-Theater. Und innerhalb weniger Jahre erlebte sie einen kometenhaften Aufstieg. Die Salome war ihr Durchbruch. Wedekind, Strindberg gehörten ebenso zu ihrem Repertoire wie die großen klassischen Rollen. Immer die starke, dämonische, verführerische, auch gequälte Frau. Publikum und Kritiker waren hingerissen. Aus heutiger Sicht sind gerade auch kritische Stimmen wie die von Alfred Kerr interessant, der zwar von ihrer Kraft im Dramatischen schrieb, aber anmerkte, Nur Tränen werden ihr keine fließen. Diese Frau ist geistig so wief, dass ihr die Einfachheit des Schmerzes fehlt. Man bewunderte die ausdrucksstarke Ikone Théla Durieux, hatte aber gleichzeitig Angst vor ihrer zersetzenden Intelligenz und dem passionierten Nonkonformismus, womit sie der Gesellschaft den Spiegel vorhielt. Sie wollte nicht einfach Illusionen bedienen, sie wollte sie durchleuchten, sich nicht gefühlvoll mit den Figuren identifizieren, sondern zeigen, wie sie funktionieren. Wenig später begann das zweite Leben der Théla Durieux, als Migrantin und Exzellentin, weit weg von der Bühne und vom Theater. An der Seite ihres dritten jüdischen Ehemanns begann eine Flucht aus Nazi-Deutschland, über Prag, die Schweiz, schließlich nach Zagreb. Sie wurde Hotelbesitzerin, näherin von Puppenkleidern, Partisanin. Dann 1952 zunächst auf Probe zurück nach Deutschland, fast in ihr altes Leben. Ich hatte 13 Jahre keine Bühne betreten und als ich bei den Proben über die Bühne ging, dachte ich, ich hätte 13 Füße und 13 Hände. Und wo sollte ich damit hin? Sie sollte sehr schnell begreifen, was sie tun musste, um wieder Fuß zu fassen. Doch obwohl sie drei Jahre später endgültig nach Berlin zurückkehrte, trotz aller Wertschätzung wird kein Ensemble sie aufnehmen, kein Intendant sie fest an sein Haus binden. So blieb ihr nichts, als durch die Republik zu touren, bestaunt und gefeiert als Virtuosin. Der Kritiker Friedrich Luft. Die Frau wird in zwei Jahren 90 und spielt immer noch. Sie ist zum Ende hin, ist nach mehr als zwei Stunden schwerer Darstellungsarbeit eigentlich viel besser noch als zu Beginn. Am 21. Februar 1971, ein halbes Jahr nach ihrem 90. Geburtstag, starb Tila Duryeux. Zusammengenommen ergeben die Phasen ihres Lebens ein Panorama der Moderne. Ein Bild mit Kratzern, Lücken, Bruchstellen, Widersprüchen und Lebensmut. Vielleicht konnte sie gerade aufgrund dieser Fülle von Erfahrungen Georg Büchners trostloses Märchen im Wollzeug von einem armem Kind offener, staunender sprechen. Und wie es endlich zum Mond kam, war es ein Stück Faulholz. Und wie es wieder auf die Erde wollte, war die Erde ein ungestürzter Hafen. Und es war ganz allein. Und da hat es sich hingesetzt und geweint. Und da sitzt es noch und ist ganz allein. Und da sitzt und hat es noch einmal. Gute an den Einflussmord. Und da sitzt zweit einmal. Und dem Sass rating. Und da ist jetzt noch deux.